Yo, 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 what's up? Ich habe heute eine Blitz-Interview mit... Cosmonova! Cosmonova! Und... Viago! Wie laut? Seid ihr immer so laut in Belgien? Eine neue Gruppe mit Cosmonova. Unglaublich. Könnt ihr mal bitte ihren Namen erst mal sagen? Enzo. An. Anja. Jan. Jan, hallo! Super, ihr seht toll aus. Ihr seid die zweite beste Gruppe in Belgien. Ihr könnt fast nicht mehr über die Straße laufen, habe ich gehört. Wie sieht das aus? Jan, erzähl mal ein bisschen über euch. Ja, wir kommen aus Belgien, das weißt du. Wirklich? Und ich habe Michael kennengelernt in Belgien. Und er hat Afflito gehört, das war eine Platte von mir. Und ich finde das super. Und dann habe ich hier in seinem Studio bei Dozer Day etwas neu gemacht, ein neuer Mix. Und ja, das ist es jetzt Cosmonosa versus Vioco. Super. Wie ist das für dich, Michael? Also, ja, zusammen mit einer ganzen Gruppe auf die Bühne zu stehen. Nicht nur mit einem Tänzer, mit einer Girlies. Girlies, wassup? Aber auch wirklich mit einer ganzen Besetzung zusammen auf die Bühne zu stehen. Nicht ganz alleine ist, also als ganze Gruppe wesentlich besser. Ja. Man fühlt sich wirklich nicht so alleine und man sieht, also die Zusammenarbeit funktioniert auch. Ist toll, ne? Ja. Hammer. Und im Studio hat das gut funktioniert sofort mit Cosmonova? Ja. Michael ist sehr professionell. Er war so, so oft schon bei uns bei Club Rotation. Aber als Produzent kenne ich ihn eigentlich nur hier, ne? Aber wie ist er im Studio? Erzähl. Es klappt direkt. Direkt. Immediately. Ja. Es war sofort eine Party im Studio, oder was? Ja, es war ganz gut. Ja, ne? Ja. Und jetzt macht er nochmal weiter was zusammen? Oder sagt er erst mal probieren und dann mal gucken? Was meinst du, Michael? Also wir werden dieses Projekt erstmal so lassen, wie es ist. Und danach bringt Vioco eine neue, eine eigene raus. Ja. Und wir natürlich auch eine eigene. Ja. Auch in Belgien? Bitte? Ja, Remix. Für die zweite Single, Spirit. Ja. Dann geht er ein Remix machen. Für euch. Ja. Das ist toll. Das ist gut. Ja, 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 ja. Super. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Michael, dir brauche ich keinen Erfolg mehr zu wünschen. Aber das ist die neue. Aha. Check it out. Yeah. Okay, Leute. Dann ziehe ich euch später live on stage. Okay. Tschüssi. Tschüssi. Alright, get snatched on video. Check another day. And now, are you ready? Live on stage. Cosmo Nova vs Fioco. Check it out. Das ist so arg. Detältin 1933 erscheinen. Sj gl blame den ihr. Bis zum nächsten Mal. Obs Turkey. Mackey, zumindest Janotta im Gefl Spit deputy, hinavas GP, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020